Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Ah, frische Raststapel ist am Start. Stapel 31. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin nicht alleine. Ich werde euch gleich zeigen, wer da dabei ist. Wir hatten akute Probleme mit dem Server. Und zwar, immer wenn wir die G-Taste gedrückt hatten, um auf der Welt zu gucken, ist man vom Server geflogen. Das wurde jetzt gefixt. Wir können jetzt hoffentlich spielen. Hoffentlich. Erste Naschen. Ist ein bisschen her, ne? Mit Staffeln und so. Wurde mal wieder Zeit. Ja, würde ich reingehen schnell im Discord und euch mal die Leute vorschlagen. Vorstellen, wartet. So, ich fange mal. So, Tag. Hallo. Also, ich sag von oben runter, Energetix ist dabei. Hallo. Ete. Ja. Maxi. Hallo. Hi. Und Ragnar. Hallöle. So, und wir haben auch schon unseren Spot ausgewählt. Habe schon kurz erzählt, dass wir Probleme hatten mit dem Server. Mal wieder. Es ist immer so. Wenn wir uns einen Server suchen, dieser Server hat immer Probleme am Anfang. Immer. Äh, Eni, bist du das am Baum fällen? Ja. Oh, nice. So, ich weiß jetzt. Wo bist du? Hinter dir. Bist du mir gerade einfallen? Das wissen du gar nicht. Bin ich gar nicht. Das ist ein verkehrter. Oh, lol. Hau mich für den Stein. Bist du, wie gerade einfällt, Jungs? Sorry. Wenn ich jetzt zeige, wo wir sind, ne? Ja. Ja, dann sieht man ja im Stream später, dann weiß man es ja. Ja, dann bin ich abgeschlossen. Server. Warte, was ist, Edo? Aber wer weiß? Ich bin gleich auf dem Server. Was? Ich bin gleich auf dem Server. Gut. Was sagst du, Ragnar? Ich bin da, wo ihr gerade gesagt habt. Ähm, ich hab gesagt, ähm... Wer weiß, ob wir da überhaupt noch stehen, dann. Das stimmt auch. Der kackt auch einfach rüber. Also, würde ich jetzt da... ...keinen Heel draus machen. Genau. Hau. Also, das müssen wir uns halt ein Neueser versuchen, dann zum Streamen, falls das alles klappt. Ja, ist auch nichts Problem, oder? Naja, bei Andy, da wollt ihr ja eigentlich dann so nachher verständigen. Ja, gut. Wie wichtig ist das jetzt erstmal? Ich würde jetzt hier nicht so viele Anstrengungen machen. Genau. Genau, genau. Genau. So wollen wir das hören. Genau. Hallo? Ja, hat jemand die Tankstelle hier schon gelootet? Hätte man den Mist. Nicht looten, bauen. Schnell unten. Ja, ich versuche hier hinzukommen. Wir müssen erstmal da hinkommen. Ja, das muss schneller gehen. Hallo. Habt man noch gar nichts? Hallo? Boah, ich bin hier erstmal... Bei so schlechter Bezahlung nach Kita ist nicht so schnell. Leider Bezahlung, also, du bist so ein Video. Irgendwann hat das Ding Millionen Klicks. Millionen Leute haben mich gehört. Und schreibe mir in den Kommentaren, wer hat die angenehme Stimme da? Wir sind ja sympathisch. Hatte ich. Bin ich. Nee. Willst du mich, oder? Die sagen immer, Herr der Ringe. Wenn man mal Stoff gesehen hat, ist das noch gar nicht. Ja, ich jetzt einmal kurz. Sehr dürftig. Hab mir jemand das Pferd hier geklaut, oder? Echt? Nö. Och, Mann, ey. Wagequid is coming. Ja. Jetzt muss ich laufen. Jetzt soll ich es durchlaufen. Mann, ist das fürchterlich, diese... Palm, ey. Bist du in der Wüste? Mhm. Cool. Habt ihr gesagt, ihr sollt man neu spawnen. Ihr spawnt direkt in der Nähe von dem Spot. Ich hab neu gespawnt, ich bin aber nicht in der Nähe von dem Spot gespawnt. Ja, dann nochmal neu spawnen. Nee, das mag ich nicht mehr. Ja, ich bin ja jetzt schon... gar nicht mal so weit weg. The Dead reitet an mir vorbei. The Dead. Hm, der Toad. Reitet der in unsere Richtung? Ja. Oh, je, je. Die wollen auch den Spot haben. Lauf, wach mal, lauf. Der reitet direkt darauf zu. Ich hab mir gesagt, als Erste dahin. Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit. Der geht schneller. Du warst doch noch schneller. Wer dann ist tot. Du bist tot? Ja. Warum? Oh, da unten läuft einer, reitet einer. Genau vor mir. Bei L21. Da bin ich auch. Ist es dir? Nein, 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 der mit dem Pferd ist der andere, ich bin hinter dem. Okay, dann bin ich gleich bei dir, dann können wir wenigstens zusammensterben. Was? Ich bin auf der Vora. Läuft du da an der Straße? Läuft uns auf der Vora? Ja, ich springe. Na ja, du bist es, ich bin hinter dir. Hier. Ah, da. Ja, mach mal. Ja, zack. Okay, komm, dann lass uns weiter. Ich glaube, jetzt auch hier so schräg zurück. Ja, von der Straße weg. Der Bode ist doch eh schon unten, der kann man schon bauen. Ja, der kann schon mal Holz sammeln. Ah, der weiß doch nicht, was er bauen soll. Aber wir oder ein TC einfach hinsetzen. Aber er kann schon mal sammeln. Ja, schon mal ein bisschen Holz machen. Wenn ich dann gleich ankomme, ja. Das sagt er, ne? Es geht schneller und ist ja noch nicht da. Ich bin ja schon fast da. Ich seh doch schon die Bucht. Ähm, wir auch. Aber die andere. Ich bin G40, missbraucht. Au. Mach ich mir jetzt ein Speer oder mein Kölz. Ja, ein Speer wäre schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Ich habe schon eine Axt. Ich kann dann vor Ort vielleicht Holz machen. Ich habe auch eine Axt. Ich würde dich auf die Axt reicht eventuell für... Dann machst du erstmal ein Speer, würde ich sagen, dass du dich verteidigen kannst, wenn du keinen Bogen hast. Lauf, Forrest, lauf. Genau. Äh, wenn das schon nicht will, ach so, was ist das schon? Steht meistens im Wald, deswegen sieht man nicht, dass ich gegen die Seite. Ich kann so einen guten Heli machen von dem. Kann ich schon mal gesehen. Oh. Bei mir laufen gerade zwei. Ja, ich bin tot. Oh je, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Holz für ein Speer. Ich sehe schon kommen. Haben die schon Bögen oder so? Äh, Messer. Ja, dann mache ich mir ein Spiel. Ja, mache ich mir auch einen. So, ich bin jetzt da. Ja, dann fang an. Was soll ich denn bauen? Was soll ich denn bauen? Mal drei und Meike oder? Nein, nein, ich bin ja auch jetzt hier. Wo bist du jetzt? Ich laufe gerade im Wasser, auf der Fläche. Bei, ähm, bei U23? Und nur noch ein bisschen Holz für ein Spiel. Ja, okay, wo kommen wir hin? Ich hab doch nicht so viel Holz. Ich habe 1500. Da mache ich einen TC oder eine Tür und Code Lock. Ja, mach du das, mach das schon mal. Okay, Code Lock und TC. Spiel incoming. Speer ist auch eine Arbeit bei mir. Hä? Spiel tot? Ja. Ja, er wird genau in der Welle sein, wo da jetzt die ganzen Spieler spawnen und ein Land einwärtslaufen. So, ich bin jetzt hier vor Ort mit allen Drum und Dran. Wo seid ihr nicht? Du siehst, wie springt du? Ja, hier. Hier, ja, hier, ach da. Ach, ich bin schon verbringend auf mich, der Ort, äh, meine, bitte. Arachna ist derjenige, der eine Lädte. Okay, hier hast du schon mal die Tür? Bei mir ist so viel Stein, ich habe bei mir das ganze Stein, habe hier irgendwie... Ja, da kommt ein Reiter, da ist ein Reiter. Ja, das ist der Date. Ja. Er reitet weiter, so wie es aussieht. Und die Fläche wäre genial, ey. Ja, ja, kommt her, endlich. Ich mach's an, hier, 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 hier. Ja, ich mach's an, hier, hier, hier. Ja, ich mach's an, hier. Ja, ich mach's an, hier. Hier ein Malen, wo du? Ja, geh' aber nicht zu, denk dran, dass hier von der Straße ist, ne? Da kommst du nicht ganz... Also hier, ja. ...mehr mittig, ja. Ja, hier so? Ich würd' hier so anfangen. Hier so, hier ist so die Mitte. Ja, 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 ja. Ich bin schon wieder tot. Wenn sie schwimmen, wichtig ist, sie gar nicht so stehen. Oh, die hast du ein bisschen Stein für die Axt, da kann ich Holz machen, gell? Ja, hier, Stein. Oh, ne? Liegt da drauf. Und Holz. Nur ein bisschen für ne... Für ne... Das wird auch schon wieder eine ganz schön große Bucht, Albert, was ich sehe. Die Tür nicht aufwerten, ja? Also den Rahmen nicht aufwerten, ja? Ja, ne, ich möchte was hin. Ja. Wollen wir erst mal auf Holz aufwerten, oder was machen wir? Ja, ja, jetzt reich das mal. Bau erst mal auf jeden Fall den TC ein. Ja, ich suche zum Lacken. Ich mach mal Holz und so. Ja, ich auch. Ich hab den TC... Wo hast du denn? Ich hab den TC nicht. Wo hast du denn den? Äh, au, der hab ich bei mir noch. Warte, komm. Was gebe ich jetzt für nen Bogen? Äh, hier. Jetzt noch gleich mal ein bisschen Holz, für 21. Ja. Scheiß auf Bogen. Jetzt muss die Butze stehen. Nicht wie damals wird der misslungen den Staffel. Naja, ich sag nur, was gebe ich jetzt für nen Bogen? Ich bin jetzt schon dabei zu formen. Wie gesagt, wenn der TC erst mal steht, äh, und der gelockt ist, sind wir erst mal safe. So, da kann keiner weglassen. Ich hab' einen Lockant, hier dran. Gut. Aber es ist noch nicht mit der Tür eingeschossen. Natürlich doch nicht geben, muss ich aber so ein Loch drauf. Ja, Tür hab' ich aber die Wände sind noch nicht alle aufgewertet. Ich hab' nicht mit dem Holz. Ja, kommt weg. Ja, gelockt. Das war einmal jetzt schon Stein. Hier ist Stein. Und wir machen dann später den Eingang nach oben. Das ist jetzt hier nur provisorisch. So, ich bring' dir erst mal ein erster Holz. Das sind jetzt... ...1300. Soll' ich erst mal alles abformen oder nur Schwefel, äh, äh, Stein? Erst mal. Ah, hier, hier, hier. Ähm, nimm einfach irgendwas, äh... Boah, da komm' erst mal hierher, würd' ich sagen. Ich würd' gar nicht jetzt großartig irgendwo am Arsch der Welt fahren, wenn du nachher abgefahren hast wirst du? Äh, das ist nicht bloß. Richtig. Wir müssen eine geschlossene Truppe sein jetzt hier. Da bin ich nachher aufm Weg. Oh, ich muss mir noch kurz durch. Ich muss... Oh, was ist denn? Das ist ein Bogen-Spiel nachher. Die ist da. Ich kann aber ans Bandit. Das ist gut. Das ist gut. Das ist guter Angeln mit dem Zeug. Das ist ein Regenwurm oder ne Made. Ach, Mann, mein Handy ist schon wieder, ey. Wenn ich mit Wort... ... und K-Sage. Ich glaub, dein Handy redet. Hm. Sehr weit laufen. Dann kill' dich doch einfach. Weil ich hab' zu viel Zeug gerade noch. Ich hab' vier Tonne Stein gefunden. Und ich hab' den Typenabkommen aus. Puh, unterwegs hat's schon geklappt, dass wir... ... die Wurzeln haben. Hier hast du Holz. Du bist ja schon reichen, um zuzumachen, oder? Ja, genau. Die Wände sind jetzt da. Ich mach' die Decke noch dicht. Aber ich mach' den Aufgang halt nicht zu machen, weil da müsste man noch einen Aufgang nach oben machen. Da fehlt der... ... im Ofen, dass ich auch so kann. Ja. Ich will mal nach links gucken zum Monitor. Weil ich denke, der schattet mir aber... Nein, Oli? Die Büro hier ist wirklich nur wir mit dir. Naja. Ist ja gar kein... ...steam. Ich mach' schon mal auch noch gar nichts. Aber entspannter, oder? Hm? Bist du nicht entspannter? Ja, du. Ja, du. Ja, wohl, Merle, wenn... ... ist jetzt die Oli so... ... unbedingt, äh... ... schlimm, wenn da Leute schreiben. Ich konnte, klar. Schlimmer ist doch bei Battlefield, oder? Gestern schon wieder. Oh, ja. Wenn du kurz zur Seite guckst, hast du schon Hedge oder so. Hm. Mein Gott, wie schnell die Putze hier schon nicht hatten, ne? Ist doch Wahnsinn. Irre. Und der Platz, den wir wollten. Richtig. Perfekt. Und ich muss grad Nacht. Ja, wir hören's. Kann man ne Holzdecke von unten leicht aufschlossen? Dicke. Ja. Dann würd ich sie erstmal zumachen, würd ich sagen, oder? Naja, mach ich zu. Wollen zumachen. Das geht rucki, zucki. Das geht rucki. Auf Wände kannst du ganz leicht aufschlönen. Okay. Okay. Ich war dann erst mal sicherer, dann kann ich nicht auch raus. Warte noch kurz. Okay. Ich komm jetzt gerade zurück, dann kann man ihn wieder abliefern. Okay. Ja, ich auch. Hab noch mal 2.700 Klopp. Okay, dann kommen wir zusammen noch mal raus. Dann da. Okay. Ist da so ein Kisten auch in der anderen Seite? Achso, ich kann ja noch gar nicht. Ne, ich wollte erst mal den TC. hier. Hier ist der Holz. Und wir auch noch autorisieren. Ich hab das daran interessiert. Ja. So. Gut. Wie lange nehme ich das schon auf? Oh, was? 17 Minuten ist? Ne, das wieder mal raus. Ich muss noch mal was fahren. Ja. Juhu. Juhu. Davor dunkel wird. Juhu. 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 Ich weiß noch, ob ich da links gucke, weil da der Stream läuft, äh, wegen den Drops. Und ich denke, andauernd der Stream von mir wirkt sich. Waaaat? Juhu. 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 was mit mir wie schaut es bei dir aus ich habe auf jeden Fall nicht mehr getötet das ist schon mal gut und nein eine Axt ist kaputt Maxi hat den ersten Schritt zum Sieg gemacht ja das ist wenn man in so einer gewissen Phase drin ist wo steht die Base? Q21 oder wo war das? Q24 muss man was sagen Q23 da muss ich ja runtergehen naja ich bin aber da fünf Minuten mitgekehrt ja hier kommt ein Pferd an bin ich vielleicht bin ich vielleicht wo war das Pferd? man bei mir du hast gesagt für fünf Minuten bist du da da kannst du nicht in fünf Sekunden wieder da sein Ete ah tsch offiziell nicht ne außer den Flyhack oh ich glaube mein Game ist abgekackt na komm sagt Ragnar das dann Ragnar im wünsch wäre nur Unglück alles ganz gut aber natürlich Action auch hier ich habe hier ich habe das ein stein stein ist kaputt ich kann ja nichts mehr machen ich habe auch noch eine axt aber weiter 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 ja aber der kaltige einladen genau hat immer ein so viertel oder maxi maxi kinder ich muss dann nur die mobil fördern also schäffelt es war kurz ich habe sachen was dann nicht reingeht schon mal die kleinen christian machen wir noch nicht machen so kommt gar reichen folge eins wir haben sie schafft in der ersten folge so schnell bereits zu finden wir sind fast alle schon zusammen ja und so was alles schick genau gut dann sage ich jetzt reingehaut bis zum nächsten mal tschüss irgendwie merkt man es doch dass wir irgendwie alle so ein bisschen gleich alt sind naja gleich alt alle so ein bisschen zwölf bis zum nächsten mal